Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von DeinBesterVergleich. Heute geht es um LED-Videoleuchter für ein perfektes Setup, wenn ihr selber Videos drehen wollt. Wir stellen euch drei verschiedene Modelle vor, sodass ihr eine gute Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Für weitere Infos zu den Modellen, schaut einfach in der Beschreibung nach. Dort haben wir euch alle drei Varianten verlinkt. Bleibt bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes haben wir die Ralleno LED-Videoleuchte. Die Videoleuchte bietet eine beeindruckende, ununterbrochene Stromversorgung. Von 90 bis 110 Minuten bei maximaler Helligkeit. Das ist sogar 15% länger als vergleichbare Modelle. Sie können die Farbtemperatur und Helligkeit ganz einfach anpassen und dank des High Definition LCD-Bildschirms die Einstellungen in Echtzeit überwachen. Mit gleichmäßigen und hellem Licht, das sanft für die Augen ist. Ist diese Leuchte perfekt für Fotografie, Videokonferenzen, Videoaufnahmen, Interviews, Live-Übertragungen, YouTube und mehr. Mit dieser vielseitigen Videokonferenzleuchte können Sie effizienter arbeiten und gleichzeitig Ihre Kreativität entfalten. Für weitere Infos, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir das Ringlicht von Neewer. Lassen Sie Ihre kreativen Visionen mit dem faszinierenden Neewer Ringlicht wahr werden. Mit einem breiten Dimmbereich von 1 bis 100% und 48 cm Größe bietet es Ihnen perfekte Beleuchtung. Das spezielle LED-SMD-Design ist leicht, tragbar und umweltfreundlich ohne ultraviolette oder infrarote Lichtstrahlung. Der robuste 155 cm Lichtständer aus Aluminiumlegierung sorgt für außergewöhnliche Stärke. Während die weißen und orangenfarbenen Farbfilter aus Kunststoff eine hohe Lichtdurchlässigkeit und gleichmäßige Farbtemperatur bieten. Mit kompatiblen Blitzschuh-Adapter für DSLR-Kameras und Smartphone-Halterung für iPhone, Samsung und mehr. Lassen Sie Ihre Emotionen durch professionelle Beleuchtung doppelt so lang strahlen. Für weitere Infos, klickt einfach auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes haben wir das Premium-Modell, die GVM LED-Videoleuchte. Lassen Sie Ihre Videos erstrahlen mit der faszinierenden 50 Watt LED-Videoleuchte von GVM. Diese hochhelle Beleuchtung besteht aus 560 LED-Lampenperlen und bietet eine beeindruckende CRI von 97 oder höher, der die Farben in Ihren Aufnahmen natürlich und lebendig erscheinen lässt. Mit 8 voreingestellten Szenen können Sie die perfekte Stimmung für Ihre Videos kreieren. Das intelligente Steuersystem ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit, Farbtemperatur, Farbton und reine Farben bequem über ein APP auf Ihren Mobiltelefon zu steuern. Im Paket enthalten sind zwei RGB-Videoleuchten, Netzkabeladapter, Diffusoren, Faltseiten, Lichtstative, Tragetasche und Bedienungsanleitungen. Erleben Sie unvergleichliche Beleuchtung für Ihre Videos und lassen Sie Ihre Aufnahmen mit lebendigen Farben und faszinierenden Licht erstrahlen. Für weitere Infos einfach den dritten Link in der Videobeschreibung anklicken. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen LED-Lichtleuchte und bis zum nächsten Video.